Dendea Dandara oder Dendea, auch Dendea. Griech. Tenturis, altegyptisch Junet, Koptesch Tentore, ist eine Stadt in Oberägypten, 62 Kilometer nördlich von Luxor und etwa 5 Kilometer nordwestlich von Kena im Gouvernement Kena auf der westlichen Nilou-Facette gelegen. Die Hauptsehenswürdigkeit ist der in griechisch-römischer Zeit errichtete Tempel der Göttin Hathor. Hintergrund Dendea war die Hauptstadt des sechsten oberägyptischen Gauss. Die Lokalgöttin war Hathor. In der Nähe des Tempels befinden sich Friedhöfe, die aus dem Zeitraum von frühdynastischer Zeit bis zur ersten Zwischenzeit stammen. Der Hathor-Tempel und die zugehörigen Bauten sind in der 30. Dynastie, Ptolemäa, und in der römischen Zeit errichtet worden, einen Vorgängerbau aus dem Neuen Reich muss es an dieser Stelle bereits gegeben haben. Christen errichteten an dieser Stelle eine Basilika. Das Interesse der Reisenden richtet sich hier nicht nur auf seine große Bedeutung, er ist der einzige Tempel, in dem der Reisende alle Tempelbestandteile betrachten kann, weil sie zugänglich geblieben sind. Wer Einfluss darauf hat, sollte die Besichtigung dieses Tempels allen anderen voranstellen. Mit der Bahn Sie können den Frühmorgenszug, ZB den geschützten Zug um 9.15 Uhr, von Luxor benutzen, um zur Bahnstation von Kina zu gelangen. Mit einem Taxi, preis ca. 25 für eine Strecke, fahren Sie zum etwa 5 Kilometer entfernten Tempel von Dindara. Auto und Taxi in vielen Hotels und Reisebüros von Luxor werden Tagestouren nach Dindara angeboten. Für die An- und Abreisen nach Luxor benötigt man in der Zeit von 6 Uhr bis 18 Uhr keinen Konvoi mehr. In der Nacht ist man auf einen kostenpflichtigen Konvoi angewiesen. Mit dem Schiff gelegentlich werden auch Schiffstouren nach Dindara und Abydos von Luxor aus angeboten. Mobilität man besichtigt den Tempel zu Fuß. Der Parkplatz befindet sich unmittelbar am Eingang zum Tempel. Tempel der Hathor Der ptolemäische Tempel der Hathor ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis beträgt Le 120, für ausländische Studenten Le 60, Stand 11 2019. Der Tempel zählt zu den besterhaltenen Tempelanlagen in Ägypten. In diesem Tempel können Sie auch Tempelteile besuchen, die in anderen Tempelanlagen für den Besucher geschlossen sind, unterirdische Magazinräume und die Dachtempel. Zum Tempelkomplex gehört auch ein Tempelsee und ein Geburtshaus, Mamesi. Wenn Sie den Aufbau eines ägyptischen Tempels kennenlernen wollen, so sollten Sie diesen Tempel an den Beginn Ihrer Reise stellen. Man betritt den Tempel durch den Eingangspylon, der Bestandteil der Umfassungsmauer ist. Auf dem Weg zum Tempel läuft man zur Rechten, dies ist die Westseite, am römischen Mamesi, Geburtshaus, und an den Überresten der christlichen Basilika vorbei. Über den Hof gelangt man zum äußeren und inneren Säulensaal. Die Säulen mit den Hathokabdellen zeigen an, dass der Tempel einer weiblichen Gottheit geweiht ist. Die Decke der vorderen Säulenhalle ist mit astronomischen Darstellungen geschmückt. Die Darstellungen an den Wänden zeigen Opferdarstellungen des regierenden Königs vor verschiedenen Göttern und Zeremonialhandlungen wie zum Beispiel Reinigungsszenen, rechte innere Eingangswand der vorderen Säulenhalle, und die Tempelgründung, innere Eingangswende der hinteren Säulenhalle. Nach zwei weiteren Vestibülräumen erreicht man die Barkenhalle, Sanktua, Allerheiligstes. Um die Barkenhalle führt ein Korridor, an dessen Seite sich zumeist Magazinräume befinden. In der Mitte des Südkorridors befindet sich die Hathokabdelle. Im südwestlichsten Raum des Korridors hat man Zugang zu einer der zahlreichen Krypten, die der Aufbewahrung von Kultgerät dienten. Auch die Räume der Krypten sind dekoriert. Von beiden Vestibülräumen erreicht man die Treppenanlage zu Dach, vom inneren Vestibül zu rechten die Wabed, Uabed, eine erhöhte Kultstätte, in der am Abend vor dem Neujahrsfest das Kultbild des Horus bekrönt wird. Auf dem Dach findet man in der Südwestecke einen Hathok-Kiosk, im Nordteil zu beiden Seiten Osiris-Kapellen. Die östliche Kapelle ist wegen ihrer Tierkreisdarstellung berühmt, deren Original sich heute im Louvre in Paris befindet. Tierkreisdarstellungen findet man nur in ptolemisch-römischen Tempeln und zuweilen in Privatgräbern aus dieser Zeit, z.B. in der Oase et Dachla. Man versäume nicht, vom Dach aus einen Blick auf die Tempelanlagen von oben zu werfen. Hier lohnt auch ein Besichtigung der Außenanlagen, in Gegenurzeigerrichtung, im Nordwesten das römische Marmisi, es ist der Geburt des Gotteskindes gewidmet, und die christliche Basilika, auf der Westseite ein weiteres Marmisi, das des Nektanebosi, und über Reste des Sanatoriums, etwa in der Mitte der Westseite einen Brunnen, im Südwesten der Heilige See, der heute mit Balmen gepflanzt ist, auf der Südseite der Isistempel. An der südlichen Tempelaußenseite sind Kleopatra 7. und ihr Sohn K. Unterkunft in der Regel reist der Tourist aus Luxor an. Ausflüge Sie können den Besuch des Tempels von Dendara mit dem Besuch des Tempels von Abydos verbinden, wenn Sie mit einem PKW oder Taxi unterwegs sind. Ausflüge Sie können den Besuch des Tempels factory verleten, wenn Sie mit dem Besuch des Tempels zurück 못 erreichen, es ist das ein Feuch des Tempels.